hallo und herzlich willkommen zurück zu palia ja immer noch ohne richtige stimme dafür mit wesentlich mehr schleim im hals aber das soll jetzt nicht thema sein ich habe euch ja quasi mal wieder angelogen ich habe in der letzten folge gesagt wir sehen uns in der nächsten folge auf dem markt wieder aber ich wollte hier gerade mal kurz mit ihr quatschen und ich habe gesehen wenn wir kanietta ansprechen dann können wir hier mit ihr über die perle reden also habe ich eine neue perle für deinen ring gefunden ich werde nicht lügen du hast vielleicht gerade meine beziehung zu meiner mutter gerettet zumindest das was davon übrig ist hey kannst du ein geheimnis bewahren das geheimnis ist bei mir sicher ja ich habe die perle an seki verkauft einfach so sag es aber nicht meiner mutter wenn sie das herausfindet würde sie buchstäblich verrückt werden ja scheint jetzt die neueste mode zu sein dass man sein sein gleiter so eine hand mit sich rumschleppt kein problem gut ich habe noch ein bisschen zeit ach so genau ihr seht unten in der leiste auf platz fünf warum auch immer das jetzt ausgewählt ist das habe ich übrigens von dem glücks keks bekommen den ich bei glücks ja doch eigentlich ist es ein glücks keks also diese glücks münze die ich bei zeki eingelöst habe und dadurch dann quasi den glücks keks erhalten habe und ja wir haben jetzt vier uhr wir können jetzt mit ihr noch mal eben reden hallo mein schluffelchen i found the flow battery wo hast du die batterie gefunden mein kumpel wach 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 w da niedlich, mit dem zu sprechen. Ich weiß auch nicht. Ähm, Moment, was haben wir denn jetzt hier? Ach so, das ist das noch mit der Höhle, mit dem... Jaja, okay. Das können wir jetzt eh noch nicht machen. Das Einzige, was wir jetzt vielleicht noch machen... Ah, nee, ich hab gar keine Steine mehr, ne? Ich hab nur noch den Angelhaken. Stimmt, ich hab gar keine Steine mehr. Och! Dann hab ich euch mal wieder angelogen, ihr Lieben. Es tut mir leid. Weil dann kann ich das nämlich doch nicht machen mit dem Einer, weil ich keine Steine mehr habe. Aber ich werd mich schon mal aufmachen zum Markt. Allerdings werd ich da ein klein wenig warten müssen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Glocken klingen, glaube ich. Also es gab ja irgendwie so einen Tonhinweis. Und ja, der Markt dann eröffnet wird. Bis gleich! Ja, und wir sind auf dem Markt. Es ist 6 Uhr am Nachmittag. Aber irgendwie ist auch keiner da. Hinten hat sich jetzt gerade irgendwas bewegt. Ah, da hinten backen sie so ein bisschen rein. Ah, jetzt laufen sie eher. Wunderbar, wunderbar. Ich hab die Zeit hier genutzt, um mal schöne Bilder zu machen. Wenn man sich das mal so anguckt durch die Kamera. Es sieht einfach richtig toll aus. Gerade auch mit der Beleuchtung. Richtig, richtig schön. Klar, es ist jetzt noch nicht so dunkel, aber das ist ja nichts Schlimmes. So, da müssen wir jetzt mal schauen. Wichtig ist, dass die eine da ist. Die Esche, die ist da. Keine von denen hat ein Häkchen auf dem Kopf. Das ist nicht so gut. Ich schaue mir mal alle genau an, wer eigentlich da ist. Hotari ist klar. Moment, Moment. Kenietta ist auch klar. Der Nairu, weiß der vielleicht irgendwas da drüber? Hallo, Platzmann. Ne, anscheinend auch nicht. Habt ihr den Wagen von Hodari und Najuma angesehen? Sie haben tonnenweise tolle Feuerwerkskörper zu verkaufen. Ich wollte eigentlich etwas für Auni mit nach Hause nehmen, aber dann hörte ich die Stimme meiner Mutter in meinen Kopf, die mich fragte, warum ich es für eine gute Idee hielt, meinen kleinen Bruder Sprengstoff zu kämen. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, gerade bei dem Bruder. Das klingt nach einem Rezept für eine Katastrophe. Ja. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Das letzte Mal, als ich diese Stimme in meinem Kopf ignoriert habe, habe ich mich, Auni und meinen Papa in Schwierigkeiten gebracht. Ich kann es ihr nicht verdenken, dass sie wütend ist. Ich meine, wir haben ihr aus Versehen die Haare rot gefärbt. Alles wegen meiner dummen Idee, Korallen in das selbstgemachte Shampoo zu geben, das wir ihr gemacht haben. Okay. Ja gut, aber, ne, ich meine, das ist doch ein Versehen, das ist doch, also das muss man nun wirklich abkönnen. So, dann probieren wir mal, oben hinzugehen. Ich weiß auch nicht, was man mit dem Feuerwerkskopper machen kann, ob man die überall zünden kann, ob man die überhaupt zünden kann. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Mal schauen. Sie ist jetzt leider nicht hier oben. Vielleicht muss man ihr das auch geben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann sie gar nicht benutzen. Okay. Ja, ist auch eine gute Aktion, wenn man die nicht mal benutzen kann. Hm. Ein lautes Feuerwerk, das schön knallt und die Luft mit gelben Explosionen erfüllt. Ja. Wenn man sie denn benutzen könnte. Aber von hier aus zumindest kann man das wohl nicht. Keine Ahnung, ob man das von woanders aus kann. Oder ob ich ihr das vielleicht doch geben muss. Ich weiß es nicht. Letztes Mal habe ich das ja am Wasser gesehen, dass das jemand gemacht hat. Aber. Hm. Egal, welche Taste ich drücke, offenbar funktioniert das nicht. Ja, auch nicht. Vielleicht funktioniert es auch nur mit denen. Das kann natürlich auch sein. Drachenfeuerwerk. Ich nehme mal Lila. Ich will eigentlich nicht so viel Geld ausgeben, aber schauen wir mal. Wo ist Esche? Ich probiere erst mal ihr das zu geben. Und dann versuche ich mal, das zu machen. So. Wie kommst du darauf, dass mir das gefallen würde? Weil er was gesagt hatte mit Feuerwerk, habe ich jetzt gedacht. Sie mag gar kein Feuerwerk. Es war wieder alles umsonst. Ihr könnt mich doch alle mal. Dann zünde ich das jetzt einfach irgendwo. Kann ich auch wieder nicht. Och Mann. Also wenn ihr einen Tipp habt, wie man diese Feuerwerkskörper zünden kann, sagt es mir bitte. Weil ich habe die anderen von Seki habe ich schon alle verkauft, weil ich konnte damit nichts machen. Und ich kann immer noch nichts damit machen. Ich habe die ausgewählt, drücke die linke rechte Maustaste. Ich kann sie nirgendwo hinstellen. Ja. Und ich weiß immer noch nicht, was Esche gefallen könnte. Ich bin echt so kurz davor, zu Seki in den Untergrund zu gehen. Mit ihm kann ich auch nicht mehr reden. Was ist mit dir? Kann ich auch nicht mehr mitreden. Ihn hatte ich, glaube ich, auch schon angesprochen, ne? Ja. Hm. Hä? Ja. Leicht verpackt. Aber gut. Ähm. Kannst du mir noch irgendwas dazu sagen, ne, ne? Äh. Auch nicht. Was ist mit dir? Wenn ich dir so ein Feuerwerksding gebe. 50 Gold. 50 Gold ist eigentlich egal. Danke. Ich wüsste nicht, dass du auf Dinge achtest, die ich mag. Nicht viele Menschen nehmen sich die Zeit, das zu tun. Oh. Ja, sie hat ja gesagt, dass sie sowas mag, ne? Ich meine, klar, dass ich darauf achte. Ja, also ich kann jetzt hier nicht so wirklich was machen auf dem Markt. Ich finde es auch doof, dass man da nicht ein paar Quests bekommt, sondern immer an einer hängt und wenn man die nicht machen kann, wie das hier, dann, ja, nicht weiterkommt. Ich glaube, das habe ich immer noch mal... Hä? Wieso sind die jetzt alle wieder hier? Äh. Die machen mir irgendwie ein bisschen Angst. Bin ich ganz ehrlich. Gerade waren sie alle noch auf dem Fest. Ich gehe durch dieses Türchen durch und das ist wie in eine andere Welt, wo überall Klonen rumlaufen. Sind die jetzt alle wieder hier vorne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Hier war doch gerade was, welch ich einsammeln kann. Sauerei. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall erst mal auf zu Zeki im Untergrund. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt genau Mitternacht für haben mussten oder ob ich den auch so vorher da treffen konnte. Warst du... Ich hasse es, wenn das genau dann die spawnen, sobald man auf E gedrückt hat. Das passiert so oft und es ist wirklich lästig. Weil man rennt immerhin, weil man die Sachen ja braucht. Das die spawnen jetzt wahrscheinlich auch beides. Oh nein, das konnte ich jetzt ausnahmsweise mal nehmen. Ja, das ist aber wirklich... Da hinten laufe ich jetzt nochmal schnell hin. Weil ich brauche die halt. Ich kriege die so wenig, weil immer, wenn ich hier rumlaufe... Ja, wenn überhaupt, sind da mal zwei Pflanzen da. Nehme auch mal direkt mit, wenn ich schon hier stehe. Und das ist halt sehr nervig. Ähm... Jetzt haben wir halb zehn. Tja, ist sein Klon jetzt hier drin oder ist er nicht hier drin? Das ist jetzt die Frage. Stehen sie alle hier und keiner ist da? Toll. Hm. Ja, sieht nicht gut aus. Aber die stehen auch alle genauso dumm rum wie ich und warten jetzt anscheinend darauf, dass der CK endlich mal kommt. Dann würde ich sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und sobald der endlich mal hier auftaucht... Dreieckige... Oh, die Sachen kann man auch kaufen. Das sehe ich ja jetzt erst. Das sieht richtig geil aus hier. Das Bild. Ja, aber wie gesagt, ich warte darauf, dass er kommt und mache einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Und CK ist da. Ich habe es daran gemerkt, dass sich alle plötzlich um ihn herum getummelt haben. Möchtest du wissen, wie du diese lokale Unternehmen am besten unterstützen kannst, indem du deine hart verdienten Münzen ja ausgibst? Können wir über etwas Magisches sprechen? Ja, lass uns reden, Junge. Hallo, sehe ich aus wie ein Junge? Denk daran, dass ich nach Stunden abrechne. Alles begann, als ich aus der Lehre auftauchte. Sifu sagte, du kannst diese Batterie reparieren. Äh, du hast Sifus... Nee. Hä? You've got Sifu working with a flow battery. Das scheint sicher zu sein. Super sicher. Also, ich brauche seine Hilfe. Und ich habe gerade erfahren, dass ich meine Lebensversicherung aufstocken muss. Komm schon, tu es für mich. Bitte, bitte, bitte. Ah, nee. Ähm, Sifu sagte, dass du ihr noch einen Gefallen schuldest. Wow. Beruhige dich, Kumpel. Ich ziehe dich doch nur am Schwanz. Ich habe keinen. Auf beiderlei Ebene nicht. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. To make runeful for your battery you need flowstones. Was sind denn flowstones? Oh, sag mir... Nee. Das ist Palium. Was sind denn flowstones? And with the order running around... There aren't many left, hey? Lucky for you. I stashed a few in the mines of a... In der Mine? Okay. Just need you to get them for me. Also, ich hoffe, dass die da sind und nicht nur zufällig da sind, diese Steine. Ähm... warum der Orden was dagegen hat. Ähm... Oh. Weil das Zeug super potent ist. Explosiv außerdem. Ähm... Oh. Er hat Najuma einen Flowstone gegeben. Und sie hat sich die Augenbrauen weggepustet. Okay. Okay. Anyway, the right... Those stones should fix up your battery. Okay. Also, diese... diese Steine müssen wir besorgen, damit wir die Batterie damit, äh... ja... aufladen können, reparieren können, wie auch immer. Und ernsthaft, sag Sifu, dass wir nach dieser Sache quitt sind. Ja. Sammle den Strömstein in der Nähe einer Ruine. Sammle den... Also, Strömsteine sollen wohl diese Flowstones sein. In der Nähe eines Ausgangs. In der Nähe von Wasser. In der Nähe von Fässern. Ja, kein Thema. Sind ja nicht überall in der Welt Fässer verteilt. Äh... Hoch oben. Das ist schön, dass das alles so präzise ist. Finde ich super. Dann werden wir es natürlich einfacher haben, die Sachen zu finden. Nein? Geh da rein? Beziehungsweise raus? So. Die Frage ist jetzt... Ähm... Ja, ich hab's richtig verstanden. Wir müssen... zum anderen Gebiet. Ich würd sagen, da lauf ich dann erstmal hin, weil das dauert immer so lange. Und wir sehen uns dann gleich im neuen Gebiet wieder. Bis gleich. So. Dann schauen wir doch mal. Wir haben hier oben schon ein Gebiet. Pavel. Äh... Pavel. 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 Wie auch immer das genannt wird. In Mainz. Da müssen wir auf jeden Fall schauen. Jetzt bin ich gerade am gucken. Ist das dann alles in dem Gebiet? Oder sind das verschiedene Gebiete? Das wäre... Na gut. Das ist... Das ist eine Miene. Keine Ruine. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen... Wieso hab ich da hinten jetzt noch einen? Achso, wegen diesen einen... Wegen dieser einen Quest. Jaja. Ähm... Da können wir eigentlich auch hier rumlaufen. Schauen wir mal. Das sind jetzt so Sachen, wenn das jetzt so mega präzise angegeben ist, sind das natürlich Sachen, die ich ganz besonders liebe. weil man sich niemals den Wolf suchen wird, sondern immer genau weiß, was man eigentlich machen muss. Und Klemmer nicht. Ähm... Gut, der erste kam mir aber schon entgegen. Ist vielleicht ein gutes Ze... Oh, Moment. Was ist das? Sammle Strömsteine. Okay. Einen haben wir schon mal. Äh... In der Nähe eines Ausgangs. Okay. Soll aber alles hier in der Nähe sein. Na gut. Dann schauen wir doch mal, wo die anderen sein könnten. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, wie wir wo überhaupt rum müssen. Schau jetzt erst mal eben hier oben. Was war denn das andere? Moment. Äh... In der Nähe einer Ruine. Wasser. Fässer. Hoch oben. Ja, hoch oben ist so eine Sache. Ich bin mir jetzt nicht sicher... Oh, da ist einer. Das sind die Fässer. Okay. Ich bin mir nicht sicher, wie wir jetzt nach hoch oben kommen, weil das ist noch eine Etage über uns, glaube ich. Dieses hoch oben, was die meinen. Da sind wir, glaube ich, reingekommen, ne? Würde ich sagen, machen wir erst mal in der Nähe von Wasser. Hier ist natürlich überall Wasser. Da ist nichts. Hier ist wahrscheinlich kein Wasser mehr, aber hier ist auch noch einer. In der Nähe einer Ruine ist das. Okay, also dann haben wir noch Wasser und ganz hoch oben. Gut, Wasser haben wir hier überall. Das ist natürlich die Frage, wo ist der Stein? Da hinten ist nichts, glaube ich. Hm. Da kann man wieder hoch. Guck hier doch nochmal kurz rein. Aber hier ist nichts. Hm. Da ist auch... Nee, im Wasser kann man aber auch nichts finden. Und hier ist nichts am Leuchten. Ja, was meinen die mit in der Nähe mit in der Nähe vom Wasser? Das ist die Frage, ne? Meinen die irgendwo am Ausgang oder meinen die wirklich am Wasser? Die hätten ja theoretisch auch hier das mit Wasser meinen können. Aber das sieht mir nicht so danach aus. Hm. Das ist die Frage. hier oben ist hier oben ist anscheinend nichts. Es wäre ja streng genommen auch noch in der Nähe von Wasser, aber da waren wir ja schon. Wir müssen im Prinzip da hochkommen. Wo sind wir denn jetzt gerade? Moment. Moment. Da hoch komme ich? Ja, wie komme ich da hoch? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, es gab irgendwo einen Eingang von oben, aber wo war der? War der hier? War der da? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ja. Ich weiß noch nicht. Ich denke mal, da muss man dann von draußen ran, aber Moment. Hier kann man kann man jetzt hier zu dem Ding mit dem Wasser? Nee, hier war wieder was anderes. Da war gar nichts. Achso, das war das mit den Fässern, wo wir waren. Das wäre jetzt das Einzige, was wir jetzt mal ausprobieren könnten. Dass wir da hoch uns hoch katapultieren lassen. Dafür sind wir jetzt natürlich an der falschen Seite. Ich bin mir nicht sicher, wo da der Eingang ist. Oder ist das hier der Eingang gewesen von oben? Das kann auch sein. Lauf ich jetzt da nochmal eben hingucke. Also, wenn ich jetzt zwischendurch mal einen Schnitt machen sollte, dann dauert das zu lange mit dem Hin- und Herlaufen und die Aufnahme insgesamt hat zu lange gedauert. hat das nur schon mal als Vorwarnung. Oh, ist das schön. Das ist doch ein schönes Motiv. Mit dem Dings im Hintergrund hier. Mit dem Vollmond. Kann ich nicht so wirklich hochklettern, oder? Moment. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken? Wieso springt der hier so weg? Hallo? So. Oh, Moment. Da müssen wir auch mal ganz kurz Eisen ist gut und ist wichtig. Ich hab schon lange kein Eisen mehr gesehen. Jetzt nehmen wir mal kurz mit. So, dann. Da oben ist der Eingang. Aber ich meine, dass man hier noch mal hochkam. was? Äh, und noch einen anderen Eingang. Ah, genau, hier, da ist noch ein anderer Eingang. So, dann. Oh, 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 oh. Oh. Es tut mir leid, Leute. Normalerweise würde ich immer Bescheid geben. was ist das denn hier? Das kann man nicht mitnehmen. Normalerweise würde ich immer Bescheid geben, aber ich bin jetzt in der Quest. Aber ich möchte das natürlich trotzdem mitnehmen. Jetzt ist die Frage, oh. Oh. Wir sind heute mal richtig, richtig gemein. Ich weiß, normalerweise würde ich das so nicht machen. Normalerweise würde ich Bescheid geben, dann würde ich warten. und ja. Aber ich will das jetzt finden und ich möchte natürlich trotzdem das Palium mitnehmen. Und da ich sonst sowieso nie Palium finde. Ich habe glaube ich ein oder zweimal im ganzen Spiel Palium gefunden. Oh, sieben Stück, das ist krass. Ah, da komme ich wieder nach da unten. Moment, was ist das? das ist doch ein Steinchen. Ja, wir haben das Steinchen hoch oben, sehr schön. Die Frage ist nur in der Nähe von Wasser. Oh je, oh je. Also ich denke, dass das der Angelplatz sein muss da unten. Aber weil das ist halt der einzige Platz hier, wo Wasser ist. Aber ich habe den hier nicht gefunden. Das ist halt das komische da dran. Das muss aber doch irgendwo hier sein. Ach, nein, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich habe es endlich. Bringe die Strömsteine zu Zeki. Wunderbar, wunderbar. Oh mein Gott. Ist das ein Chaos. Und ich bin schon wieder auf der falschen Seite rausgelaufen. Ja, ihr Lieben, ich werde mal eben wieder den Weg zurücksuchen, weil ich glaube, ich kann mich zum Grundstück teleportieren. So, ich habe mich zurück teleportiert, wir sind wieder auf dem Weg, allerdings weiß ich gar nicht, wo er ist. Moment, ist er natürlich nicht bei sich. Wo ist er denn? Nein, der ist jetzt nicht um diese Uhrzeit am Schlaf. Achso, Moment, wir haben halb sechs Uhr morgens. Da kann das natürlich sein, dass der am schlafen ist, da würde ich das noch gar nicht so abnormal finden. Blöd ist jetzt nur, dass ich jetzt natürlich warten muss, bis er erstmal wach ist. Was aber komisch ist, weil er ist ja eigentlich nachts unterwegs, da in seinem Kabuff. Warum muss er dann noch schlafen? Ich weiß es nicht. Oh, der hat das aber schön eingerichtet hier. Hier ist ein Buch, was ich nicht lesen kann. Aber es ist ein Buch. Er hat es aber echt schön eingerichtet hier, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen der Stil, den ich haben wollte. Oh, das ist eine coole Tapete. Doch, finde ich gut. Da kommen schon die ganzen Kräuter raus. Ich will glaube ich gar nicht wissen, was er eigentlich hier macht. Mit einem Spieleapparat. Joa, auch nicht schlecht. Kann man das hier irgendwie so zack. Finde ich cool, die Ecke. Was haben wir denn hier noch? Aber wir haben auch nichts zum Lesen oder so, dass man hier irgendwie ein Buch finden kann. Also Bücher finde ich hier sehr viel. Das ist cool hier mit dem Sushi. Ich hoffe, das kann man auch mal irgendwie kaufen oder machen oder so, dass man das dann irgendwie dahin stellt. Hier die Bücher kann man auch der hat überhaupt nicht viel für die Küche. Aber sowas zu machen, das wäre auch richtig geil. Das sieht auch schön aus. Hammer. Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, ich habe zwei Zekis jetzt hier drin. Die haben sich geklont. Ich würde sagen, ich warte jetzt erstmal einen Moment, bis der nicht mehr am schlafen ist und hole euch gleich wieder hinzu. Bis gleich. Ich habe gerade überlegt, ob man ihn nicht einfach auch im Schlaf ansprechen kann. Clever wie ich bin. Und das testen wir doch mal gleich. Ja, wir können das machen. Sehr, sehr geil. Okay, eine Lieferung von, wie hießen die mal, Strömsteinen. Ich habe nie von dieser Art von Fisch gehört. Wieso Fisch? Du musst den falschen Green Mile King haben. Nicht Tierkind. Och nein, er muss mich wieder im Untergrund treffen. Willst du mich stellen vor Äpfel? Ich muss sagen, es ist schön, dass ich mich jeden Abend auf dem Magi Markt freuen kann. Ich nicht, weil ich kriege keine vernünftigen Quests. Es gibt nichts Schöneres, als von günstigen Angeboten umgeben zu sein, die man sonst nirgendwo findet. Genau wie im Gemischt Warenladen. Ja. Na gut, rein kann ich nicht, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, es hört sich komisch an, aber ich denke mal, das heißt, dass ich nicht reinkomme. Ja, es tut mir leid, ihr Lieben, es tut mir wirklich leid, aber ich muss die Steine nachts wieder bringen. Das heißt, wir müssen noch mal einen kleinen Cut machen. Ich schiebe das noch eben hinterher und dann denke ich mal, dass wir danach die Folge beenden werden. Also wie gesagt, noch einen kleinen Cut. Ich warte hier noch den ganzen Tag, bis es wieder Nacht ist und wir sehen uns gleich wieder. Ihr Lieben, ich zweifle so langsam an meinen Verstand beziehungsweise an der Übersetzung bei Pallia. Wir haben noch nicht nachts, da muss ich gleich dann noch mal einen kleinen Cut machen, aber ich habe was anderes mal ausprobiert und zwar wir hatten ja noch diese Quest offen hier genau die große menschliche Back der große menschliche Back Wettbewerb machen sie Macaroons da stand ja immer wenn ich irgendwo drauf gedrückt habe ich glaube wenn ich hier auf Mission gedrückt habe dann habe ich hier drauf geklickt und hier stand dann immer eine weitere Koch Station bauen kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen habe ich eben noch gesehen auf jeden Fall stand da Koch Station das könnt ihr in einem der Videos davor könnt ihr das auf jeden Fall sehen wo ich das schon mal versucht habe da war hier so ein kleines Ausrufezeichen und ich habe mir gedacht naja da steht zwar Koch Station und ich hatte ja extra wegen diesem Hinweis hier eine weitere Koch Station gebaut aber ich habe mir gedacht es geht ja eigentlich um die Mischstation hier weil hier auch Mischstation steht ich probiere es einfach mal aus und baue da noch eine weitere Mischstation rein und siehe da jetzt ist dieses Ausrufezeichen weg es ist echt nervig aber ich kann jetzt welche herstellen und das wollte ich natürlich mal eben mit euch gemeinsam machen die Sachen sind jetzt übrigens wieder in der Truhe drin das heißt das funktioniert trotzdem also ich kann ich gerade nicht Hilfe Hallo Mischen Ah Herstellen Machen wir das einmal Ja Haben wir Zutaten hinzufügen Zack Hier auch nochmal rühren Warum man da zwei Stationen für braucht Ich habe keine Ahnung Auf jeden Fall haben wir endlich endlich diese dämlichen Makaroons hergestellt So sehen die dann aus und ich sammle die direkt mal ein Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ähm Zurück zur Häkla Okay Dann würde ich sagen dass wir ganz schnell mal eben zu Häkla zurück gehen und ja dass ich danach den Cut dann mache Ja und ich war mal wieder ein wenig steif aber es ist nicht so schlimm also solange das immer noch funktioniert danach ist noch alles gut das sieht zwar ein bisschen blöd aus aber das ist soweit okay ach ja stimmt und wir können ja auch noch mit unserem Gärtner Badru hieß der glaube ich sprechen der ist sogar näher dran gerade würde ich mal kurz noch mit ihm sprechen ich möchte jetzt nicht zu viel in dieser Folge machen weil die schon sehr lang geworden ist aber wenn wir es können dann wäre es ganz gut wenn wir das mal noch machen weil wir kriegen Badru nun der moment ist endlich gekommen von mir kannst du nichts mehr lernen jetzt sind wir auf der gleichnehmenden Spuddy du bist jetzt offiziell ein Mitglied der Gärtner Gilde und das bedeutet dass du auch Zugang zum Spezialbereich des Ladens bekommst jedes mal wenn du deine Gartenfähigkeit verbesserst bekommst du diese kleine Medaillen die du dort ausgeben kannst und mal wieder was auf Englisch wir haben eine Menge lustiger kleiner Leckerbissen für euch auf Lager buchstäblich ich hoffe sie gefallen euch denn wenn nicht nun ja keine Rückerstattung so wir können die Apfelbaum Samen wirklich nur mit den Dingern holen ich hatte das irgendwie in Kopf dass wir die noch so holen können aber offenbar nicht aber theoretischerweise könnten wir jetzt auch Blaubeersamen kaufen was ich natürlich nicht machen möchte ach ja da habe ich ja das Kauflimit erreicht ja deine Beziehung hat sich verändert das ist toll nein das ist nicht toll er hat eine neue Quest für mich blaue Rosen gelbe Mimosen nein nein Kürbiskern Morgenstern oh hey vielleicht kannst du mir weiterhelfen ich habe gerade während meiner Arbeit an einem kleinen Liedchen gebastelt der beste Zeitvertreib es ist ja nicht so dass ich heimlich versucht hätte mein Magnum Opus zu komponieren das wäre ja albern ich würde sehr gerne hören von mir ein Lied einfach so hier wo jeder mithören könnte ich bin mir nicht sicher ob es dafür schon gut genug ist oh puh es ist plötzlich so heiß hier geworden ich schwitze auch schon die ganze Zeit seitdem ich die Grippe habe denn ich schwitze wie ein Ohrmuh in einem Pullover oder noch schlimmer wie Nayu nach einem Lauf Weißt du was komm später heute Abend bei der Scheune vorbei dann führe ich gerne eine Ein-Mann-Show für dich auf Oh cool Vielleicht kannst du mir dabei helfen die Liedtexte fertig zu stellen Ja gerne Toll bis heute Abend Ja mal schauen ob ich das heute Abend noch hinkriege ich habe so viel was ich machen muss Hey klar Stopp Es ist übrigens ein bisschen schlimmer geworden mit der Stimme Das heißt das wird erstmal meine letzte Folge für heute werden Es ist meine Einzigkeit mich um die Bedürfnisse anderer zu kümmern Womit kann ich dir behilflich sein Ich habe die Macaroons gemacht Ich hoffe sie waren sowohl ernährungsphilosophisch als auch gefühlsmäßig zufriedenstellend Irgendwas auf Englisch was ich nicht vorlesen werde Falls du dich fragst was ich mit dem Korb und der Kartoffel gemacht habe die du mir gebracht hast frag bitte nicht Warum nicht? Die Angelegenheit ist privat Hört sich jetzt irgendwie pervers Keine Ahnung aber ich bin froh dass ich den Mist jetzt endlich mal durch habe Ja habe ich die ich habe die Markierung gar nicht mehr oder? Ach ist ja auch eigentlich Blödsinn wir können ja auch eigentlich durch Zekis Geschäft durchgehen also es ist spät am Abend aber ich bin mir nicht sicher ob es schon spät genug ist ihr merkt schon meine Stimme ist auf jeden Fall schon weg ob es schon spät genug ist um tatsächlich ähm achso Wachsen von Unkraut verhindert ne das brauche ich nicht dann nehme ich mal wieder ein bisschen Bratöl spät genug ist um ihn denn tatsächlich in seiner Geheimkammer hier zu finden aber wir probieren es trotzdem äh ach da ich war gerade etwas irritiert irgendwie ich weiß auch nicht okay er ist noch nicht da das heißt ich mache jetzt hier nochmal einen kleinen Cut bis er wieder da ist und dann sehen wir uns gleich wieder ja Zeki ist endlich da äh ich habe eine ich habe gar keine Lieferung von Flowstones aber egal achso doch ja im Endeffekt schon weil ich durfte die ja vorher nicht abgeben äh großartig ähm lass mich sehen ob ich das into Runeful machen kann keine Ahnung sie sollten vielleicht zurücktreten oder nicht ähm also die könnten explodieren here we go okay perfekt ähm haben immer noch den magischen Touch okay jetzt äh hat er dieses Runeful also ich denke mal das ist so eine Art ähm ähm na ich komme gar nicht auf das deutsche Benzin Runebenzin würde ich jetzt mal wörtlich übersetzen in die Batterie eingefügt so ich habe die Batterie erhalten bevor einem man kann sniffing around okay sorry verbal ich wollte gerade sagen kotzt der mich jetzt hier an oder was hallo okay das war jetzt nicht die Seite wo ich raus wollte aber gut ich kann äh hallo spiel ich habe einen hochleistungsfähigen rechner einem rechner liegt es nicht es wäre schön wenn das spiel wenigstens auch nicht haken würde moment warum warum muss ich jetzt mit zifu reden achso ich muss die batterie zu ihr bringen ah ich wollte die gerade einsetzen in der tür okay dann machen wir das auch nochmal eben schnell oh gott das wird wieder eine richtig lange folge so wie es aussieht nein bleib stehen howdy die batterie ist wieder aufgeladen wow äh hast du Zeki bei dieser magie zugesehen oder so ich hatte irgendwie gehofft dass sie explodieren würde ähm ja ich würde sagen ich sollte die batterie zu hasiam bringen also was das angeht ich habe mir überlegt dass du vielleicht einen Ex-Monsterjäger für deinen kleinen Ausflug brauchen könntest ja okay du solltest mitkommen schön das zu hören denn ich wollte so oder so mitkommen ähm ich schnappe mir hasian würde ich sagen und bringe deine batterie zu der tür wir treffen dich drin und machen uns auf den weg ins abenteuer mist weil das heißt nämlich dass es noch länger dauern wird anscheinend hat Saleri sich darüber beschwert dass ich bis spät in die nacht arbeite also habe ich beschlossen mich erwachsen zu verhalten und lauter zu arbeiten bis spät in die nacht okay ich lasse das jetzt mal einfach so stehen ich weiß auch nicht warum der Chat hier eigentlich die ganze Zeit wieder auftaucht fällt mir gerade so auf weil ich habe das eigentlich so ausgestellt äh was das wollte ich gar nicht ich wollte mit ihm sprechen hallo wie geht's ja wenn ich Sifu an der Bar erblicke muss ich immer an ein altes Majiri Sprichwort denken geh auf eine Pilgerreise um deiner Kleinstadt zu entkommen aber geh in eine Kleinstadt Bar um dir selbst zu entkommen ja dazu kann ich nur sagen man kann sich selber nicht entkommen sprich mit Hassian im Tempel würde ich ehrlich gesagt sehr gerne machen aber unsere Folge ist echt schon wahnsinnig lange gewesen auch wenn sie aus vielen kleinen Momenten bestanden hat deswegen würde ich sagen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann sprechen wir ja ich würde sagen am besten tagsüber mit Hassian er dürfte jetzt auch wahrscheinlich schlafen ich denke mal nicht dass er jetzt überhaupt noch wach ist weil die meisten schlafen tatsächlich gerade und ja ich bin wahnsinnig gespannt wie das weitergeht bin ich ganz ehrlich das sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge und ich werde natürlich nebenbei noch ein bisschen daran arbeiten dass wir Sternenblaubeeren liefern können wobei das ein bisschen kompliziert ist weil wir brauchen mittlerweile vier Blaubeeren um zwei Blaubeersamen herzustellen das heißt wenn ich mich jetzt nicht vertue brauchen wir acht Blaubeeren um vier Blaubeersamen herzustellen die wir dann wiederum brauchen um einen Busch zu erzeugen das heißt ich hoffe ich hoffe dass wir den Busch dreimal abernten können vielleicht auch mehr ich weiß es nicht dann würde sich das rentieren dann würden wir einmal quasi mehr bekommen also einmal diese vier mehr bekommen aber es ist extremst mühselig bin ich ganz ehrlich weil es ist eigentlich lächerlich also eigentlich müsste ich mir neue Blaubeeren kaufen kann ich aber nicht weil die zu teuer sind weil ich dafür dieses grüne Zeugs da brauche bei Badru ja also könnte ich schon aber das würde ich mir natürlich aussparen für die Apfelbäume deswegen die Quest wird wohl noch eine ganze Weile dauern aber wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge mit Hassian weitermachen und ich bin echt gespannt was es da noch geben wird weil es ist halt eine weitere Tür und damit gehe ich persönlich davon aus dass wir wieder ein weiteres Geheimnis der Menschheit lüften werden ich weiß es nicht aber ich bin wahnsinnig gespannt und ich denke hier auch bis zur nächsten Folge Ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren